Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hofberg und Reloaded mit dem OSTRAN TV Halleschön und dem JGGamer Hallooo Ich hab grad im Kopf übergedacht, ich sag nix Falsches Ja warte mal kurz, ich bin gleich wieder auf den Weg So, ähm, man kann eben leider noch nicht tanken, Fabi sagte, ähm, naja, sollte ich nehmen und so, lüg nices Aber naja, dann gucken wir jetzt weg Äh, aber Sei mal ruhig Der hat den Code umgeschrieben, den, äh, den, äh, Sprinter, das wird wenigstens noch 10 Liter haben Nee, das ist ja 10 Liter ab, das hab ich nicht umgeschrieben, ich hab nur umgeschrieben Dass der weniger verbraucht Hörst du überhaupt mal zu, Schweizer? Und beschwert's dann, wenn ich nicht zuhör, ne? Echt so? Harald Ich darf's nicht zuhören, ich, ich darf das Ihr dürfe nicht zuhören Ich darf das einmal pro Tag da was machen, ne? Heute hast du noch nicht verbraucht Ja Weißt du was, weißt du was du vergessen hast? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ich hab schon wieder was gemacht, so ist unglaublich Man kann, man kann keine Kühe mehr aufladen Tja, das ist auch schon Spaß Oh, so ne Farbe schuld, gell? Was für Türen aufmachen, Alter Alter, was geht denn jetzt mit meinem Ping ab? Kü, ey Krümel dich mal aus dem, äh, Sprinter Ich weiß gar nicht, was dein Problem ist Schweizer, du hast was vergessen zum sagen Was denn? Ja, warte denn wohl Was denn? Was machen Kühe? Was machen Kühe? Boah Schweizer, du bist echt so dämlich, ne? Du hast es nicht Dann stell einfach mal Tiere verladen an Dann gehts und werd Admin Ach nee, ich brauch zwei Kühe Ich hab jetzt fünf gekauft, juckt mich in die Scheiß Oh Gott, wie soll ich das so in Holpingen? Keine Ahnung Keine Ahnung Ich hab auch einen 120er Ping, ich weiß auch nicht wie viel Tis ist... Was für Stamme hab ich denn auch schon mal einen gehabt? Ja, ich hab 1000er Ping Wieviel? Ein was für ein Ping? Ja... 1000er Ein LS Dafür läufst du aber ganz schön flüssig, zumindest auf dem Spiel Entschuldigung Ja, 1200 Der packt zu rum Hast du jetzt schon Musik laufen, Schweizer? Nein Ich schon Jetzt hat es sich nicht wieder gefangen Nein, jetzt hat es sich doch nicht gefangen Acht mich Komm doch mal Ich mach's dann eben leicht Ja, heute bin ich noch gar nicht Äh, nicht Leute, wenn die Folge rauskommt Nein, nicht das denn Nein, nicht das denn Gestern Gestern Hey, die Folge kommt nicht morgen Nee, kurz nicht Statt Äh Am 22... 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 Häh, wer sieht so aus? Boah! Ich hab dir an David gedacht, weil der... Nee, David kann das! Ich so, nein. Alter, du checkst gar nichts. Ich hab das schon gecheckt, dass er livestreamt, aber ich hab gedacht, dass es vielleicht mit Alice dann nicht geht. In Verbindung. Nein, der... Er livestreamt ja nur Alice. Also meistens nur Alice. Boah! In letzter Zeit hat er nur Infovideos gemacht. Nee, er hat gerade, das macht noch nicht lange, hat er live gestreamt. Boah! Von Alice. VW ohne... Ah, das war doch auch ne Privatmap, oder nicht? Was? Das war aber doch auch ne Privatmap, oder nicht? Nee. Sarah? Ey, ich will diesen Bobcat fahren. Ich will diesen Bobcat fahren. Geh weg! Das heißt, ich will, ich möchte, weißt du das? Nein, ich will! Geh weg! Ich bin der Chef und deshalb... Wir haben gestern erst gekauft, Alter, sonst ist der kaputt. Erzähl. VW, ich darf aber bestimmt den Bobcat fahren. Ich war wohl gestern... Nein. Ja, komm mal her. Komm mal her. Aber erst mal wieder. Ja, warte. Ja, warte. Ich bekomme mal einen Ruf, das hat die Verkündung. Ähm... Ja. Ähm... Wir haben die 50 Küle voll. Äh... 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 Ich bin das Kuhm. Und da bin ich wieder auf meine YouTube. Äh... Ich muss kurz weg. Äh... Meine Pizzas bekommen, natürlich. Du bestätst erst jeden Tag Pizzas, oder? Immer nur am Pressen. Ja, ich hab halt Pizzagern. Äh... Raus! Ne. Ich will fahren. Osrain, ernsthaft raus. Ne. Ostrain. Wie heißt Superboard? Ostrain? Ostrain ist grad erst drin, Junge. Ostrain? Ich weiß, Ostrain ist grad erst drin. Du kannst nächste Folge vielleicht. Bitte. Ne. Ja, netten Satz. Bitte, Ostrain. Ostrain, bitte. Danke. Ostrain, bitte. Ostrain, bitte. Bitte darf ich den Bobcat fahren. Also, ich würde diese Folge nicht reinlassen. Doch. Ja, bitte gesagt. Würden trotzdem das nächste Folge reinlassen. Du hast M gedrückt. Hab ich schon gesehen. Ey, was hab ich? M gedrückt. Das ist normal, wenn man ablädt und schreibt über die Tastatur ab. Und dann M ist halt dieses Ding der Bumse. Weil, das ist okay. Dann geht er auch wirklich über die, äh, Seitenkonzerne durch. Ja, echt. Aber die Gabel passt nicht gerade richtig darauf. Ja. Mh. 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 Sag doch mal nix was. Wieso hast du die Originale? Weil der keine Originale hat. Der hat keine Originale. Es gibt nur die Originale aus dem Alice halt. Ja, eben. Wie so nix dient. Weil die so n Dreipunktspieß hat und die finde ich komisch. Aber okay, wenn die schöner für uns sind. Ja, aber die geht ja gar nicht, Junge. Oder du kannst aber nicht damit umgehen. Nee, nee, wegen dem Umgehen, das ist kein Thema. Ja. Zweiter hol ich vielleicht noch ne neue Zange. Kannst du die nicht schon die anderen schon rausschieben? Kannst du die eigentlich schon drück machen halt? Moment. Aber der Ent-Jetzer ist komplett falsch. Danke so. Zweiter. Zweiter. Deine Gabel steht da. Super. Oh Gott. Was soll ich denn machen mit dem Job? Es gibt ja auch. Ja, egal, keine gerade. Wer hat hier ein Mähwerk gekauft? Das Mähwerk, was kommt von Mähmen? Denken. 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 Das war doch nicht seine Stärke. Nein, mein Ballen. Grasbein geht aber nicht. Klar geht das. Ja, weil die nimmt der Stall. Klar nimmt der Stall ziehen. Ja, manchmal geht das nicht mit dem Stall. Die sieht ruhig aus. Immer nur mit dem Schweizer. Endlich wieder in meinem Fan. Wer hat gesagt, dass es ist Deiner? Nein, der Fiat war nicht schon da noch. Ja, aber der Fendt auch. Ja. Nein, das ist schon Deiner in der Metabreiner. Guck mal Spalter, du hast dann den Bobcat, den Sprinter und den Meister, den Mähdrescher. Ernsthaft. Aber pro Mähdrescher, da muss man mal den Mähdrescher mal reingehen. Wie war es damals? Ich hab schon getroffen mit dem Bissen. Ja, genau. Deshalb sollst du ja weitermachen. Nicht ein bisschen. Das ist ja nicht so fertig. Nein. Ich muss erst den Wein fertig machen mit Stroh, ne? Ja, das muss ich auch lieber so weitermachen. Alter, ich werde wieder neustern. Ich will wieder was zu trinken. Was willst du? Ah ne, ich kann wechseln. Ich werde wieder normal. Ich werde wieder nicht besoffen. Das ist nicht gut. Das ist gut. Na, wobei. Nein. Bist du einen Kick bekommen? Dann ist es gut. Das ist gut. Aber nicht verproschigen, das ist ja schon verschimmelt. Ich mach den Tierewagen wieder dahin, wo gehört er in der Hof Bergmann-Fordinal. ich habe was für dich zu tun ich mache Kompost zu Paletten da bin ich schon dabei das bin ich mach du was mit meinem B-Truck ja ja ok hey du fährst doch nicht mit meinem B-Truck ne jetzt nicht mehr ich habe gerade ein bisschen was reingeschmissen die Palettenlage ja ich komm warte müsste sie passen jetzt mit rauf mit mich aber nein ich bin da ich bin da mal gucken ich bin da ich bin da ich bin da ich bin da der Boss ist da also du nicht ich werde es aber ausfallen das ist sowieso fake na klar gibt es auch fake ich verbringe Kompost Paletten jetzt überhaupt 1480 pro 1000 Liter halt bei Landhandchen bei Landhandchen nach 4000 4400 Paketen mhm also etwas lieber 4000 alter bis 7 4 5 4 5 3 wenn Darf ich das verkaufen fahren? Mit dem Sprinter? Mit dem Sprinter? Bist du dumm? Ja. Der IT-Bahn hat mit dem Sprinter. Ja. Nein. Der IT-Bahn ist ja schon voll. Mit dem Sprinter der leer ist? Oder gleich zumindest. Wobei die 10 Liter sollten jetzt ewig reichen. Ich kann den Verbrauch auf 0-0-0-0-0-0-1 stellen. Dann fährst du mit einem Liter, keine Ahnung, zwei Jahre oder so. Er kommt schon verkaufen. Er schreit und schenkt ihn an. Nö. Hat er schon. Naja, dann nicht. Der kommt gerade. Ist da. Nö. Was macht man denn? Achso. Nö. Seh ich, Schweizer, wie du anhängst. Oh Gott. Ostern könnte ja so nett sein und dir eine aufladen. Oder ist eine fertig? Nö. Es wird schon weg. Oder? Ne, ist dann noch nicht fertig. Ab 3000 sind sie nicht fertig. Ja, ja. Muss das warten. Ich fahr mal als Vergleichfahrzeug mit. Ja. Das geht nicht so gut. Das geht eh nicht gut. Hallo. Hallo. Das ist Hallo Soundbugs hat er auch Äh nicht abgucken Du sitzt ab Junge du hast es abgesetzt Ich will damit den Schweizer ärgern Achso Komplett absetzen Ist das auch neben mir oder noch? Oh ne Hallo Das haben wir mal Rollentausch gemacht Das war schon die ganze Zeit bei einer nur Fieselber Stappenwache Ja 50 ist ein bisschen zu schlecht Paul ist jetzt nicht vorbei Fahr nach links Perfekt Abgedeckt von den Verkehrsschild Alles Das ist schon der Mit dem Schweizer los Oh ne Oh ne Ich merk's Nein, dann komm wieder Ich seh den schon im Rückspiegel Ich seh auch nur Dreck im Rückspiegel Links Scheiße Scheiße Oh 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 Ui Das war aber Geld du Alter Kipp ihn um Alter Kipp ihn um Alter Du bist in mir weg Alter Ja Junge Unter der Weg Jetzt ist fertig Jetzt bist du gekickt Junge Besser wenn du vor mir fährst Ja Ja Warte doch kurz Ich hab schon gesagt Oh Ey Fabian wieso bist du unter der Erde Was Wieso bist du unter der Erde Ja wieso bist du unter der Erde Ja wieso bist du unter der Erde Ich sitz bei dir drin Der Name Der Name ist unter der Erde Alter Schon wieder Ich sitz Ich sitz aber bei euch drin Wiiiiiii Jop Perfekt In und her Äh aber ich würd sagen Das war's mit dieser Folge Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Lasst aber zusätzlich noch ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da Und schaut bei den anderen beiden vorbei Tschüss Ciao Tschüss Leute